Akropolis weiß es. Was für ein origineller Name. Wir haben nicht gleich mitgenommen. Aber das Kiosk, das war auch schon gut. Das schmeckt echt wie einem echten Griechen. Unsere Köchin ist Kölnerin. Ja, meine Theorie, der Grieche kann nicht kochen. Der Grieche kopiert im Grunde nur die türkische Küchen. Und das ist auch noch schlecht. Ich will mich ein bisschen zurückkeilen, da kommt der Chef. Na und, ich habe es gesagt, ich liebe Griechenland. Ich bin viel zu lange nicht mehr da gewesen. Prost. Mein Kumpel von mir, der Alkiviaris aus Saloniki, dem schreibe ich im Brief, da soll ich mir einen gescheiten Rotwein abgeschicken. Das Spülwasser kann ja keiner trinken. Unser Wein schmeckt Ihnen nicht? Na, geht schon. Ich bin so froh, dass wenigstens ein Wein auf der Karte nicht mit Glitzerin verpanscht ist. Papa! Servus. Hallo. Mein Sohn. Gekommen, um mich zu holen, in seiner 50er-Jahre-Idylle einzuschließen und auf mein Ableben zu warten. Deine? Gekommen, um zu machen.